Verzeihung, Sie sind nicht Senora Velasquez, richtig? David, es reicht, ehrlich. Es reicht jetzt. Ich hab wirklich genug. Sag, was los ist. Dieser verfluchte Hermann und seine Spielchen. Für eine Sekunde hab ich Ihnen geglaubt. David, welcher Hermann? Sie waren wirklich toll. David, hör auf damit! Das ist nicht witzig, David. Hey, hey, nicht anfassen. Ich will jetzt... Hey, hey, nicht anfassen. David, du sollst aufhören. Du weißt doch genau, dass ich es bin. Sag mir, wo Gloria ist. Schluss jetzt. Wer sind Sie und wer ist Gloria? Gloria ist unsere Tochter. Nico hat mir erzählt, dass er gestern...